und da sind wir auch schon wieder die freunde des internets treffen sich mal wieder bei mir und wie auch versprochen im vorigen part habe ich jetzt da weitergemacht wo die wo wir aufgehört haben damit ich nicht passieren musste gelesen nochmal durch wenn ich da war das ging um die kleidung vorigen part vermutlich aber was sollen wir bis dahin tun ich weiß die wache am tor hat doch was von der karte gesagt die du hier in der stadt besorgen kannst oder nicht irgendwas express oder so ist der laden der laden wo wir gerade waren mit eule das war die boutique boutique weiß m auftrags express du hast den vogel abgeschossen das war ja wusste ich wusste doch das wusste doch dass es was mit dem express war hast du dir gut gemerkt die linie haben aber komische namen weißt du die wurden halt danach benannt wie sie aussehen damals am auftrags express aber flinken spatz ok ok karte karte darunter und alle schauen mich an ok da ich bin ein wo das das ist der laden dort drüben ist der auftrags express dort können heute leute um hilfe bitten wenn es ihnen etwas mini miaust dass jemand in not helfen wollen sie dir die einschlagtafel im laden an meistens bekommst du miau und auch eine belohnung wenn da jemand gerade ich liebe sowas wer ihr habt ihr die sie sind wirklich mag so eingebautet die menschen märchen viel mehr spiele ich finde das gute ah gott ich bin so unprofessionell ich trinke in einem part in einer aufnahme session müsste man natürlich dazu sagen wenn ich nicht mögt dass ich etwas trinke dazwischen dann sagt es aber der buch weiter buch weiter ok wer ist das tröpfchen fröhlich was kriegst du für eine stimme so eine alte kore beim auftrags express können bedürftige hilfe suchen dass ihre sorgen verfliegen und wer gerne aufgaben für menschen in not übernehmen will ist jetzt willkommen was wir auch gar meinen sie denn das weißt du wirklich nicht meine güte du bist wirklich nicht von hier oder aber ich will es dir geschwind erklären leute die hilfe benötigen kommen in scharen zu mir sie hoffen dass jemand ihre aufträge für sie erfüllt erledigt du wirst auf deinen reisen viele leute treffen die unterstützung brauchen und du wirst dich entscheiden müssen ob du ihre flatternden herzen beruhigen willst indem du ihre aufgaben erfüllst satzzeichen luki satzzeichen und so ein scheiß wirf einen blick auf die anschlagtafel da drüben da hängt eine liste mit allen aufgaben die du übernehmen kannst beim auftrags express kannst du auch missionen annehmen um bestimmte monster auszuschalten das ist ein mond das ist als monsterjagd bekannt wenn du mehr darüber wissen willst solltest du das hauptmenü aufrufen und einen blick in den tagebuch werfen mein tagebuch okay ich glaube ich habe verstanden in deinem tagebuch kannst du auch sehen wie viele verdienst stempelkarten du besitzt oder torwächt hat etwas darüber gesagt aber ich glaube ich habe keine hoho du hast keine das lässt sich flugs ändern was gut auf diese stempelkarte auf du brauchst die um stempel zu sammeln die du für erledigte aufgaben bekommst wenn du ein paar karten voll hast kannst du sie gegen belohnungen einlösen die dir auf deinen reisen sicher von nützen sein wird gehe einfach zur nächsten auftrags express filiale gibt eine komplett kompletierten karten ab und die belohnen gehörten dir okay vielen dank herzlichen dank das tagebuch kann jetzt im haupten aufgerufen ich habe ein tagebuch und das tagebuch da ist mein tagebuch okay okay das sind die ganzen aufgaben okay das dürften die alle sie schon fertig sind oh ich merke dass ich doppelt höher haben wir so nicht wirklich gestört wenn ich ehrlich bin so egal kreuzunkiefig welche habe ich auch noch eine geht das steckt magischen angriff genauigkeit die frage ist nur wenn ich gar sie einem ja gleich so ist wenn ich ihm jetzt eine sache gebe ist ist jetzt wirklich dauerhaft oder ist das jetzt auch noch mit so bestimmt eine längere zeit über muss ich kurz mal gucken du warst das glaube ich fortschrittsbericht kampf und es ist ganz gut ist war das nicht vertraut dem kampf stempelkarten vertraut dem kampf okay das ist das nicht das ist das ganz normale kämpfen äh essenz ist jetzt hier da ist jetzt hier allerlei aufgaben nein das ist nicht das was ich haben wolltet zeichen von vertrauen nein das ist das diese sonne ja das ist nicht klar magischer begleiter nein das ist das auch nicht egal wissen sie mal machen würde ich werde ihm nämlich die genauigkeit jetzt verbessern ist das ha ha du bist mir lieben zeus ach so okay das ist anscheinend nur für ähm äh äh so eine stufe quasi also wenn ich jetzt ein level abgeht dann äh hat er natürlich mehr sachen oder so keine ahnung ich gebe es ihm einfach er soll mich erleben äh ein katzensvölk ein katzenvölk ein katzenvölk nahe der boutique im katzenvölk zu sieht er das besorgt das finde heraus was mit der katzen kann ich das annehmen äh nein keine ahnung äh hey ich habe stempel wo sind meine stempel ich habe noch keine okay 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 anscheinend habe ich mir so eine informationen geholt äh okay so das heißt ich müsste mich jetzt quasi schlafen blink 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 du blinkst blinkst du du meine güte wo sind die kleinen racker denn nun schon wieder hin stimmt etwas nicht meine jungs die drei laufen dauernd weg und kommen nicht nach hause zurück ich weiß dass sie nur ab und dass sie nur spielen aber ich habe angst dass sie sich wehtun könnten sie sorgen sich sehr um sie oder das stimmt und heute sind sie nicht noch später dran als sonst ich bin ganz außer folgen außer mir versorgen ach mit der haben sie einfach nicht nie leicht egal was passiert nicht hast du vielleicht ein bisschen zeit können sie noch meine jungs sehen ja es tut mir leid dass ich damit belästigen muss aber ich wäre und denke ich dankbar wenn du mir bescheid geben können sie für den fall wenn du siehst okay ach gott dieses spiel ist so hübsch allein diese seitengasse finde ich ja verdammt hübsch schon er ist auch wieder eine aufgabe okay das ist die besorgte da ist brot oh nein ja das gefällt mir auch noch nicht so ganz weiß ich am dekorieren was ich sage immer eine blume oder zwei das ist schon ein unterschied macht mir alles gleich viel freundlicher ja mir auch nicht schlecht gerade eben dachte ich könnte ein paar blumen gebrauchen um meinen hauseingang zu verschönern nicht wahr wirklich was für blumen würden sie denn gerne hülsen ja ich hätte gern etwas schönes helles und ich brauche frisches quellwasser zum gießen miau ja ich weiß doch kann es behelfen naja naja von mir naja von mir ist das oh danke du bist ein wahre gentleman gut kannst du mir bitte zwei weidenwurzeln und zwei flaschen Quellwasser nehmen genau wo finde ich die im Laden kann man ja und sowas nicht kaufen du musst im Hügelland danach suchen keine Säure du bist zu glitzen sehen ich nehme an du hast du aus der Stadt schon ja wir haben jedenfalls genauer Untersuchungen wenn du sagst welche findest du würdest du würdest du werfen aber wir werden vielen Dank wir werden die Stadt verlassen nach diesem äh glitzenden Stellenausschall dürfte der Pakt ein Pakt ein gleichsameln du noch nicht vielen Dank dir zu weisen wirklich zu mit okay aber die Aufgaben werde ich jetzt noch nicht machen ich werde mich jetzt ich will nämlich meine neuen Kleider haben ich will meine neuen Kleider so das heißt jetzt kann ich jetzt ist ja zufälligerweise wieder das Offen des Dingens ne ah da hat er noch ein Laffee ausgedruckt oh die gute alte Tante wir kommen in der hiesigen Herbege der Katzenkorb Katzenkorb wir bieten ihnen eine schnurrgemütliche Atmosphäre miau so ordentlich gibt's die gepreist hahaha oh Gott das ist geil okay übernachten muss ich ja so oder es freut uns dass ihr miauf einem Besuch vorbeikommt miau ihr seht etwas seltsamer aus ihr seid wohl ein Reisender nicht wahr dann hätte ich herzlich eingeladen in jeder unsere Herbergen Rast zu machen wohin miau immer euch eure Reisen führen mögen wir sind sehr stolz miau vor unseren Weltwamen betten und hoffen ist euch ebenso sehr gefallen vielen Dank sieh nur dein magischer Begleiter irgendwas hat sich verändert das ah das wäre nicht nützlich die Erinnerung wenn alle Reisende hier abgestiegen sind haben ihn wieder ein wenig ergänzt ach so was damit hätte ich nicht gerechnet wieso nicht zum Guckuck schließlich ist das ein richtig mächtiges Zaubu wir übernachten dann besser in so vielen dieser Buden wie möglich was tja schätze schon du hast eine neue Seite der Region der Welt erhalten auf jeden Fall Tröpfchen freut sich das ist immer schön wenn sich Tröpfchen freut so kleine knuffige Typ es ist immer so hosple so spät schon ich habe noch gar nicht hätt ich wir haben noch gar nicht auf die Uhr geschaut oh so ich habe auch noch gar nicht auf die Uhr geschaut Schalte ich bin Das war's. Ich habe mich überrascht, Oliver. Mutter... Mutter... Mutter! doch wieder bei uns. Danke, gnädigste. Bis bald. Gut, Oli. Zurück zum Eulandern, okay? Okay. Warte mal. Oh, da kann ich auch speichern. Na, das ist ja nett. Ich wollte nämlich gerade speichern. Also den Speichelpunkt suchen. Und ich werde jetzt auch nach dem Speichern, glaube ich, den Part beenden. So. Ja. Ja, ich werde jetzt diesen Part hier beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt gefallen und wir sehen uns.